Hallo ihr Lieben, ich bin Jacqueline und studiere im dritten Semester Wirtschaftspsychologie. Zu Beginn meines Studiums konnte ich mir nicht vorstellen, was mich nach dem Studium erwartet und worauf ich jetzt hinarbeite. Beim Ersticamp hat uns dann einer der Absolventen der Hochschule Aalen von seiner Laufbahn nach dem Studium erzählt. Ich konnte es dann kaum noch erwarten, endlich meine Erfahrungen im Studium zu sammeln. Ich bin Konstantin und ich studiere Wirtschaftspsychologie im dritten Semester. Zu Beginn meines Studiums hatte ich einige Fragen und einige Unsicherheiten, was das Thema Prüfungsvorbereitung angeht. Wie lerne ich am besten? Wie bereite ich mich am besten auf eine Prüfung vor? Das Ersticamp hat mir damals gute Ratschläge gegeben und auch einige Tipps an die Hand gegeben. Falls es euch auch so geht und ihr auch noch ein paar Tipps oder Ratschläge braucht, was das Thema angeht, dann schaut doch gerne am 3.11. beim Ersticamp vorbei.